Schweizer Textilien sind mehr als Kleider. Das sind Hightech-Produkte wie Implantate, Blutfilter, Leichtbauteile. Alles forschungsintensive Tätigkeiten und Produkte, die gemeinsam zwischen Hochschulen und Unternehmen entwickelt werden. Diese befinden sich nicht immer nur in der Schweiz, sondern auch in Europa. Dafür brauchen wir eine Forschungszusammenarbeit, dafür brauchen wir eine Vollassoziierung an Horizon Europe, dafür brauchen wir eine konstruktive Europapolitik jetzt.